So, wir haben nochmal einen Versuch gemacht in der 9. mit einer Softwarepistole. Und zwar die Masse des Geschosses waren 0,20, ich schreibe extra mal die 0 dazu, Gramm. Und wir haben dieses Geschoss auf eine Knetekugel geschossen. Also hier mit der Pistole haben wir direkt hier das Geschoss hier hingeballert, aus nächster Nähe. Wir hatten hier unten lineal, damit wir sehen, wie weit dieses Pendel, diese Knetekugel haben wir an einem Fadenpendel aufgehängt, um zu sehen, wie weit das auslenkt. Und das Video zeige ich jetzt erstmal, damit jeder weiß, worum es dann wirklich geht. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir Mr. Video. Wunderbar, man sieht hier ganz deutlich, wir haben eine Auslenkung von hier nach hier eine Auslenkung gehabt, das waren 12 Zentimeter. Wir haben das ein paar Mal gemacht, das war jetzt das schönste Video, um das zu zeigen. 12 Zentimeter war die Auslenkung, das bis dahin. Die Masse des Geschosses war lediglich so groß, also was wir hier rausgeballert haben. Und das hat diese Knetekugel ausgelenkt. Jetzt müssen wir noch was weiteres ermitteln, und zwar die Masse der Kugel. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Schöne Wagen haben wir nicht. Wir können auch eine einfache Waage nehmen, die kann man sich bauen. Ich mache in der Zeit erstmal Pause. So, das war die Masse des Geschosses, sagen wir MG dazu. Und MK von Kugel, hatten wir eben gerade ausgemessen, waren genau 70 Gramm. Lustigerweise genau 70 Gramm. So, jetzt könnte man ja wie folgt vorgehen, also hier dieses Pendel, hier fest aufgehängt. Jetzt könnte man ja wie folgt vorgehen. Man könnte sagen, wenn dieses Pendel sich, ich übertreibe mal, hier hoch bewegt, dann hätte ich ja eine gewisse Höhendifferenz geschafft. Dann könnte man auch die Energie irgendwie ermitteln. Aber dazu brauchen wir noch ein kleines bisschen Wissen. Aber erstmal diesen Versuch so ausgewählt. Wie kommt man jetzt hier an Delta H, an diese Höhendifferenz ran? Das heißt ja, da das Pendel mir ja die Kugel auf eine bestimmte Bahn zwingt, heißt es trotz alledem, die Kugel wird um ein Stück angehoben. Ich habe das hier extra mal übertrieben dargestellt. Das wird hier viel geringer sein. Wie kommt man hier ran? Relativ einfach. Ich messe mal ganz schnell die Pendellänge. Das sind 70 Zentimeter, auch gut. 0,7 Meter. Also die Pendellänge hier von hier bis hier sind 0,7 Meter. So, wie kommt man da ran? Arbeitskizze. Also wir haben hier das Pendel mal ganz übertrieben dargestellt. 0,7 Meter ist es jeweils lang. Das bleibt so. Und wir haben uns jetzt hier eine Hilfslinie eingezeichnet und zwar auf Delta H. Hier auf dieser Höhe. Delta H. Hier ist es wieder. Hier ist Delta H. Also die Höhendifferenz. Und jetzt kommt der Trick bei der ganzen Sache. Wir haben jetzt dadurch, dass wir diesen Punkt hier nach rechts übertragen haben, haben wir einen rechten Winkel. Wir haben rechtwinkliges Dreieck. Wir haben eine Auslenkung. Und die wissen wir auch. Hier, diese 12 Zentimeter. Wenn ich das mal in meine Arbeitsskizze übertrage, dann ist die blaue Linie hier diese 12 Zentimeter lang. Jetzt könnte ein gewiefter Mathematiker sagen, ich mache mal nochmal so eine Skizze ganz kurz. Ja, aber das ist ja eine Kreisbahn. Einverstanden. Aber bei der, bei diesen Lenkenverhältnissen, hier 0,7 Meter und hier, darum geht es ja eigentlich. Wir haben ja das Pendeln nur so weit pendeln lassen. Ich wollte aber die Kreisbahn nochmal zeigen. Aber hier nur 0,12 Meter kann man getrost sagen, so schlimm ist es nicht. Das heißt, die Kreisbahn wird der, wird einer geraden Linie sehr nahe sein. Also das wird nicht allzu viel mehr sehr nahe. Also kann man getrost mal sich hier so ein rechtwinkliges Dreieck zusammenbasteln. Gut. Ich radiere das nochmal weg. Genau, wir haben hier die Hypotenuse. Das sind 0,7 Meter in Klammern zum Quadrat. C Quadrat sozusagen ist A Quadrat plus B Quadrat. Und die stellen wir jetzt erstmal eisekalt so auf, die Formel. Jetzt haben wir das bis hierhin gemacht. Und jetzt kommt diese, ähm, diese Strecke hier. Diese. Also, hier, dieses Stück. Das kommt jetzt. Und das ist 0,7 Meter minus Delta H. Und das alles in Klammern zum Quadrat. Das ist der Trick. Jetzt stellt mal die Formel um, sodass wir Delta H irgendwie rauskriegen. Wenn man den roten Teil hier als binomische Formel auffasst, kann man den roten Teil, ich habe es extra mal in Rot nochmal dahinter geschrieben, allerdings reichte mir der Platz nicht, kann man diesen roten Teil so richtig, äh, ist A Quadrat plus 2, äh, minus 2AB, ne, wegen Minus. Minus 2AB plus B Quadrat. Delta H ist unser B, also das Delta H in Klammern zum Quadrat. Und hier mit diesem Term kommen wir auch klar. Und jetzt können wir was vereinfachen. Ich mache das mal in blau. Wenn ich auf beiden Seiten, sage ich, ziehe auf beiden Seiten 0,49 Quadratmeter ab, dann sieht das so aus. Dann verschwindet das. Jetzt müssen wir mal den rechten Kram richtig zusammenfassen. Wie sieht der dann aus? Dann haben wir hier 0 ist gleich. Die Quadratmeter dürfen wir nicht mit den 2 mal 0,7 Meter mal Delta H zusammenfassen. Also schreiben wir es einfach aus, 0,0144 Quadratmeter, jetzt, minus 2 mal 0,7 ist 1,4 Meter mal Delta H plus Delta H zum Quadrat. Wie sieht denn diese Formel jetzt aus? Richtig, jetzt haben wir hier die, eine quadratische Gleichung plus das eben, das H Quadrat, wie früher unser X Quadrat ganz hinten steht, das macht aber nichts. Gesundheit, Gesundheit, wir können die PQ-Formel anwenden. Gucken wir mal an, das hier ist mein Q in diesem Fall. Und es geht um Delta H, minus 1,4 Meter ist P. Richtig mit Metern. Und jetzt ganz cool und locker hinschreiben. Das war jetzt Handwerkszeug, also wir haben das mit der PQ-Formel gelöst. Hier ist P, hier ist Q. Ruhig mit Quadratmetern und Metern abschreiben, das schadet uns überhaupt nicht. Denn wenn ich dann P halbe, also minus 1,4 Meter, hier vorne kommt minus P halbe hin. Wenn ich das bilde, dann habe ich 0,7 Meter, positive. Hier unter der Wurzel plus minus kommt 0,49 Quadratmeter. Die 0,7 Meter sind ja P halbe, wenn ich die quadriere. Und dann kommt hier hinten diese 0,3 von Q dahinter. Daraus die Wurzel gezogen ergibt sich 0,68963 Meter. Und wenn ich das jetzt ausführe und sage, das eine ist plus das, dann kriege ich ein Delta H von 1,38 Meter raus. Das fällt weg, das können wir uns schenken. Logisch, denn so hoch wird das Ding gar nicht gehoben worden sein. Gucken wir uns den interessanteren Wert an. Wie groß ist denn der? Der ist übersetzt 1 Zentimeter. 1,0362 Zentimeter. Also das hier, das ist der interessante Wert. Das echte Delta H muss also sein 1,04 Zentimeter. Mehr nicht. Beziehungsweise 0,0102 Meter. Also ich kann es auch so schreiben. 0,0104 Meter. Mehr nicht. Das ist es. Und das lässt sich auch klar machen. Ich zeige das nochmal hier. Das könnte man sich auch nochmal im Video angucken. Machen wir das mal. Kleinen Moment. Also wenn man sich jetzt dieses Video hier anguckt. Hier unten war die Kugel und die hat sich minimal, wegen der großen Fadenlänge, hat die sich minimal erhöht. Wir machen in der nächsten Klasse dann, wie man das sogar mit Winkeln richtig ausrechnen kann. Sodass man hier auf ganz hochgenaue Werte kommt. Aber jetzt dürfte klar sein, wenn das hier eine ganz kleine Kreisbahn ist, also ganz bisschen krumm, dann kann ich das ruhig mal als, also getrost als gerade annehmen. Delta H war also 1 Zentimeter. Ich lasse das Video nochmal. Man merkt, also die Höhe, die ändert sich nicht groß. Wie weit? Mal sehen. Naja. Lässt sich immer schwer einfangen. Also hier ist es eindeutig zu sehen, Delta H ist nicht groß.